ich bin's der atta und ich begrüße euch zu einer neuen folge und ja wir müssen hier noch mal rein weil ich was nicht gemacht habe oder übersehen habe oder ich weiß es nicht und hat dürfte ja ziemlich schnell gehen rosiger feilen und nicht schlecht rosiger ostiger ich dürfte hätte ich hier sein reingehen kurz holen und sick des dole nur sohn aber ich habe ich durchsucht schwarz bogen damit wir hätten schon fertig sein können das war hier mit den illusionen welcher von dem ist der richtige und so ja aber auch abgeschlossen auch kleinigkeiten ich übersehen habe ja noch passieren nicht lang so ist aber alle zusammen aber sein so ich will nicht da und dann auch herr das weh oder so weil ich an du bist jetzt das amulett zusammenfüge ja wegen abgeschworenen ja das kann nicht mehr zu sehen ich werde nach dem das kann nicht mehr zu sehen ich werde nach dem ja dann mit ja dann mit ja dann mit auf jeden fall ein paar stückchen da draußen das ist gut warum nur ein einzelner kaiser blablabla und weiter speichern ist das hier ja 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 wir wollen ja was zusammen und natürliche noch einen zauber 3 heißt ja 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 ne ja 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 so oder war rein um was aber you couldn't be on ja das habe ich ein problem die haben wir aber auch noch eine adler adler drachen vieh was da war ja gut ich denke mal ja schon verdächtig rückweg speicher auch noch zeit ja okay das hat was mit gift zu tun schau das feuer um dass irgendwas passiert auch ok du gehst ja auch es war noch ein paar kleinigkeiten da ist leidlich was auch wenig schaden mittlerweile ja ich war noch als genug aber nicht so 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 oh ja ich würde schon sagen, told you it was hard Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Der nervt. Aber aufstehen würde. Sieh auf! Da haben wir. Ja. Wo stehen? Der Kampf geht mir jetzt richtig auf Keks. Oh. 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 Oh nee. Oh. 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 Ja schön! verboten legende ist abgeschlossen da unruhe für zwei gold damit muss ich mich rufen ist keine gestern so gut ja 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 das können wir mal mitnehmen dann machen wir was das das und das und dann klein oder irgendein scheiß dabei also ja sie das sind kriegen und oh gut ja aber was war aber netter deiner und was was ein wenig und wie ich hier jetzt echt und ich wollte noch gar nicht hin irgendwo hier ist nirgendwo herzlich irgendwo noch was das gucken was war die truhe leute wie gebiet sorry und mir leid ich schwör da war war mal wir können markt aber kurzer marken wir haben ja neue tränke mir geht echt das hielt sich aus schmuckstücke krams krams solche sachen heilung kräftige heilung kann ich auch verkaufen schwarzfinger ja auch die kann durch die kriegs ax auch weg was und das jederzeit wieder heute nicht fühlt ihr euch krank alles was ich in der auslage habe aber wieder vorbei wenn ihr mehr fleisch nach falsche richtung aber nicht ich habe bock du trinkst mit nicht Das ist 2% Getränke und saubere Zimmer. Abgeschworene Wüten in den Strahlen. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungry. Warte mal ein. Ähm. Dann gehen wir mal gucken. Wollen wir mal nach Weißlauf. Gut euch an meiner Seite zu haben. Würde ich mal sagen. Wo bleibst du denn? Also doch. Hey troller. Ich sage nicht die besten Waffen und Rüstungen. Drachenplattenrüstung über die aufwerten. Da würde ich vielleicht sogar mal probieren. Helfenschild. Auch die Panzer. Helfenschild. Vergesst nicht auf drinnen reinzuschauen. Ach, schleifen hier noch. Das wäre ja dann hier. Drachenknochen. Ui. Ähm. Drachenknochen. Ähm. Ääh. Ääh. Wo wir das... Ääh. Wo wir das... schauen wir uns mal unsere erste drachen rüstung an erlesen und 150 nordrüstung legendär auf erlesen ich erwarte mal haben wir noch mal so ein bisschen wie alles drauf aber jetzt die rösten fünfer und erfassen erstellen Also obwohl die Rüstung schon echt nice aussieht, muss ich ehrlich gestehen. Also mir gefällt die wirklich gut. Optisch. Und der Helm ist gerade nicht. Bekleidung. Nehmen wir jetzt. Ja, sieht nicht schlecht aus. Was haben wir vorher? Was haben die gehabt? Bei der Sicherheit ist die Rüstung um fünf Punkte. So. So wäre auf jeden Fall richtig hübsch. Was gefällt? Alles stimmt. Oh, etwas hiervon. Was davon. Aber starke Heilung. Steigt. Magikern Ausbau und jeweils 30 Punkte. Das ist schon richtig stark. Bei Büchern war noch irgendwas, oder? Weg damit. 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 Bitte kommt wieder. Ach ja. uns hier noch die tränke dann seid ihr also ein eiche misst aber nur schaden die heilung was er durchschauen also magier oder magiker wenn ihr ein braucht jederzeit wiederkommen und wenn wir schauen aber so ein hals so wichtig dass er wieder ja und dann regenerat lasst es mich einfach wissen ja so wird was für die volk hat er das auch gekauft dass es mich jetzt werde ich mich schon was benötigt ihr werft einen blick drauf ja du sagst du auch jedes mal ebenso hier noch ein bisschen viel zu wenn ihr etwas falls ihr arbeit dann wollen wir diesen hunger doch stellen ein wein so was wir unterstützen ein bisschen weit rüber um die zeit ich bedanke mich dass sie wieder aber na 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 ich bedanke mich doch gar nicht bekleidung 15 auf schwere rüstung ok na ja warum wir kurz hochlaufen wird noch kurz verzaubern und dann und ich verfache ja egal wir sehen uns in der nächsten folge und ich bereite das wort damit wir die nächste quest machen was das sein wird verrate ich nicht in der nächsten folge doch